Mein Name ist Maximilian Illert, bin seit 2008 im Unternehmen und seit 2011 in der Geschäftsführung. Gegründet 1856 und fing an mit dem Drucken von sogenannten Zigarrenausstattungen. Wir produzieren seit 1999 Haftetiketten und seit 2004 kamen die Shrinksleeves dazu. Die Produktion der Shrinksleeves haben wir immer weiter ausgebaut und sehen uns heute als einen der führenden Hersteller für Shrinksleeves in Deutschland. Also in 2022, als gefühlte Energiekrise Deutschland ja fest im Griff hatte, ist bei uns das Thema UV-LED in der Priorisierung nach oben gerutscht. Flint Eco-Cure haben wir schon seit 2022 in der Verwendung. Wir haben mit dieser Farbe da beginnen können, weil die Farbe auch den Vorteil hat, sie trocknet mit dem alten UV-Quarzglas-System als auch mit der neuen LED-Technologie. Und somit konnten wir schon vor der eigentlichen LED-Investition mit dem Umstellen der Farbe beginnen. Und das war für uns ein wichtiger erster Schritt, bevor dann das Gesamtsystem 2023 umgesetzt wurde. Wir haben uns für Eco-Cure entschieden, weil wir das als Gesamtsystem gesehen haben, also die Trocknung und die Farbe. Wenn Sie so ein Gesamtsystem wechseln, dann ist es unbedingt erforderlich, dass Sie die Sicherheit haben, dass dieses System auch funktioniert. Und Flint hat uns hier die Sicherheit gegeben. Also bei der Umstellung auf die neue Farbserie hat uns Flint von Anfang an sehr stark unterstützt und auch den ganzen Prozess mit begleitet. Das war sehr, sehr wichtig für die Mitarbeiter. Das ist ganz einfach ein Riesenschritt, weil Sie einfach jedem Mitarbeiter die Sicherheit geben, dass er die Farbe richtig druckt und auch richtig messen kann. Und das in Toleranzen, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Die Flint Group ist sehr dankbar für die gute Kooperation mit der Firma ELA. Dank der intensiven Zusammenarbeit waren wir erstmals dazu in der Lage, eine Druckmaschine zu 100% auf LED-UV-Härtung umzustellen. Zu 100% deswegen, weil eine Rückkehr zum bisherigen Farbsystem ist dadurch nicht mehr möglich. In Summe war die LED-Umstellung in Verbindung mit der neuen Farbserie von Flint einer der wichtigsten Meilensteine in den vergangenen Jahren. Denn es hat uns in der Produktivität, in der Drucksicherheit, in der Druckqualität echt nach vorne gebracht. Es hat uns ermöglicht, damit auch in neue Branchen reingehen zu können, was vorher nicht machbar war. Das war mit das Wichtigste. Jetzt kommen die nächsten Investitionen, wo wir aufbauen können auf dem, was wir jetzt erreicht haben mit der LED und mit der neuen Farbe. Das gibt uns Sicherheit. Wir sind gespannt auf die Zukunft. Nochmal an der Stelle Dank an alle, die da mitgewirkt haben.